Willkommen zurück hier zu einem neuen Video. Heute werde ich euch die Frage beantworten, zahlt Handy-Gain aus, funktioniert das Ganze hier oder ist es einfach nur ein Scam? Ich habe die Antwort schon, werde die euch natürlich am Ende verraten. Möchte mit euch jetzt aber einmal ganz kurz den Auszahlungsprozess durchgehen. Einfach, dass da vielleicht ein paar Komplikationen geben könnte, da das Ganze relativ, ja in Anführungszeichen, kompliziert ist. Deswegen möchte ich jetzt mit euch einmal ganz kurz hier den Auszahlungsprozess durchgehen. Also wir sind jetzt hier schon mal bei Handy-Gain. Wir sehen, mein Geld ist weg. Also ich habe hier die 20 Euro an Payout sozusagen requested. Das sieht man auch hier in der Transaktionsleiste. Laut Handy-Gain hier steht hier, dass hier ausgezahlt wurde. Ob das Ganze so ist, werden wir im Laufe des Videos noch erfahren. Auf jeden Fall kann man hier, sobald man hier die 20 Dollar hat, hier auf Payout drücken. Dann passiert erstmal gar nichts. Dann drückt man hier auf Payout. Mehr passiert hier auch nicht auf der Webseite. Da habe ich zuerst gedacht, ja okay, Geld ist weg. Das war es jetzt. Dann müsst ihr aber mal in eure E-Mails gucken. Denn da ist ganz wichtig, da kommt eine E-Mail an. Die heißt Payout. Das ist der Betreff sozusagen. Und dann werdet ihr auf eine neue Webseite geleitet. Die sieht so aus. Ihr werdet jetzt hier einiges ausgeschwärzt sehen, da hier sehr viele Daten stehen, die ihr nicht sehen dürft. Ja, genau. Dann müsst ihr euch die auf dieser Webseite anmelden. Und auf dieser Webseite werden halt alle Daten von euch abgefragt. Also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Name, Adresse, Wohnort, alles. Einfach aus dem Grund, aus steuerlichen Gründen schätze ich mal, dass die jetzt einfach eine Steuererklärung abgeben können. Und auch dem Staat oder sozusagen ja Deutschland dann weiterleiten, dass sie hier Geld an dich bezahlt haben. Dazu sind die ja verpflichtet. Deswegen müsst ihr hier auf T-PALTI, werdet ihr weitergeleitet, müsst euch hier anmelden. Habe ich gemacht alles. Danach kam dann erstmal wieder zwei, drei Tage nichts. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt haben die meine Daten, alles weg. Das war es. Hab dann nochmal gewartet und dann ist es endlich passiert. Wir sehen hier auch in der Payment History, um 20, nee, 20,31 Dollar wurden per Paypal am 8. Februar überwiesen. Der Status ist hier Paid und insgesamt, was kann ich jetzt sagen, es wurde bezahlt. Hier ist der Screenshot. Insgesamt sind es dann aber auch nur, oder sind es dann insgesamt 15,19 Euro, die hier angekommen sind. Man muss es natürlich umrechnen von Dollar auf Euro. Also das passt auf jeden Fall von der Umrechnung. Natürlich sind da, schätze ich mal, auch noch ein bisschen Gebühren abgegangen. Aber an sich würde ich sagen, die 15.000 Euro sind angekommen. Da bin ich ja schon mal sehr, sehr glücklich drüber. Ja, wenn ihr euch für Honeygain interessiert, ganz kurz, was ist Honeygain? Honeygain ist eine Plattform, da stellst du sozusagen deinen Datenverkehr, den zur Verfügung und kannst damit passiv Geld verdienen. Ich würde dafür nicht extra einen PC laufen lassen. Wenn du irgendwie sowieso einen PC immer anhast, dann lohnt sich das Ganze. Wenn du den immer nur für ein paar Stunden anhast, dann lohnt sich das Ganze nicht. Dafür sollte das Ganze dann hier schon, wenn, rund um die Uhr laufen. Dann kannst du hiermit auf jeden Fall Geld verdienen. Nicht viel. Das ist wichtig zu sagen, man kann mit nicht viel Geld verdienen. Ich habe die 20 Euro hauptsächlich, da bin ich ganz offen, über eure Raffle-Einnahmen hier generiert. Was auch sehr, sehr viel Geld bringt, ist dieses Content-Delivery. Da sehen wir, dass das mehr bringt als alle Raffle-Einnahmen und alles andere zusammen. Da kann man immer mal wieder reingucken, finde ich, dieses Content-Delivery halt laufen zu lassen. Aber, ja, insgesamt kann man dafür, finde ich, keinen PC extra laufen lassen. Dafür bringt das Ganze einfach zu wenig Geld. Das wollte ich jetzt einfach hier nochmal ganz kurz beleuchten. Wenn ihr Fragen zu Honeygain habt, ich dürfte jetzt insgesamt, ja, bin ich eigentlich in der Lage, fast alles beantworten zu können. Was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, Honeygain hat jetzt auch eine neue Auszahlungsmethoden hinzugefügt. Man kann das Ganze jetzt auch hier in Bitcoins auszahlen. Aber, ganz, ganz, ganz wichtig, da müsst ihr echt dran denken, zur Zeit, da der Bitcoin so hoch steht, sind die Transaktionsgebühren, um Bitcoin auf eine andere Wallet zu bringen, zu hoch. Also, wenn ihr jetzt hier wirklich 20 Dollar auszahlen lassen wollen würdet und die sollen euch das per Bitcoin zuschicken, dann kommen maximal 2 bis 3 Euro in Bitcoin an. Weil gerade der Preis von dem Bitcoin-Netzwerk viel zu hoch ist. Also, lasst das bitte, zahlt es euch einfach direkt per Paypal aus. Dann habt ihr das Geld bar, dann könnt ihr euch immer noch davon Bitcoins kaufen. Ist um einiges günstiger, als das Ganze hier zu überweisen. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt aber erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich, wie gesagt, ich bin immer extrem transparent hier auf meinem Kanal. Deswegen, das Ganze hat jetzt hier funktioniert. Es wird aber auch Webseiten geben, da wird das Ganze nicht funktionieren. Zu meinem Video gestern, da hatten sich ja einige beschwert, beziehungsweise zu meinem Video vorgestern, wo man mit Klicks Geld verdienen kann. Da muss ich mal ganz wichtig zu sagen, zahlt da bitte noch nichts ein. Ich bin da gerade dran. Ich investiere gerade mein Geld da. Ich versuche das Ganze herauszuführen, ob das Ganze funktioniert. Es wird noch wahrscheinlich 7 bis 8 Tage dauern, bis da wirklich dann die Entscheidung kommt, ob es funktioniert oder nicht. Deswegen bitte da abwarten. Noch kein Geld investieren. Ja, es gibt viele andere Methoden, die ich euch auf meinem Kanal zeige, mit denen ihr super viel Geld verdienen könnt. Also, was heißt super viel Geld verdienen könnt? Ihr kommt aber mindestens so auf 200 bis 300 Euro, bin ich ja letzten Monat auch gekommen, wenn ihr euch da wirklich anstrengt. Ja, deswegen erstmal abwarten mit der Webseite. Wenn ihr Honeygain ausprobieren wollt, ein Link ist in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich natürlich, aber auch nur. Ihr bekommt, glaube ich, 10 Dollar geschenkt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist, wie gesagt, euch überlassen. Da seid ihr komplett frei. Das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.